Als Jesus seinen Dienst hier auf Erden beendete und in den Himmel auffuhr, ließ er seine Nachfolger nicht als Einzelkämpfer weiterziehen. Privates Christsein kam den Jüngern nicht in den Sinn. Das war auch nicht der Plan von Jesus gewesen. Wir lesen über die Zeit nach Pfingsten in Apostelgeschichte 2, Vers 44, Alle Gläubigen waren aber beisammen. Wir sehen an dieser Stelle, wie wichtig die Gemeinschaft unter den Christen ist. Die Gemeinde ist Gott sehr kostbar. Doch wie genau entsteht sie? Der Evangelist Lukas umschreibt die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 47 mit den Worten Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir wollen mit einigen Fragen an diesen Text herantreten. Wer tat hinzu? Wer wurde hinzugetan? Und wohin wurden sie hinzugetan? Also die klassischen W-Fragen. Wer, wen, wohin? Wer tat hinzu? Die Menschen schlossen sich nicht einfach selbst der Gemeinschaft der Christen an, sondern der Herr tat zur Gemeinde hinzu. In Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus zu Petrus, Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Es heißt nicht, auf diesen Felsen sollst du meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde wird nicht von Menschen gebaut, weder von Pastoren noch von Ältesten, Missionaren oder Gemeinderäten, sondern sie ist ein Werk Gottes. Petrus betont es in seiner Pfingstpredigt, Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Nicht Evangelisten, Pastoren oder sonstige geistliche Mitarbeiter tun zur Gemeinde hinzu, sondern Gott selbst. So war es auch bei dir. Du hast dich nicht selbst zum Mitglied einer Gemeinde gemacht, sondern es war das Wirken des Heiligen Geistes in dir. Als Gott dich rief, als Gott in dir die Neugeburt bewirkte, Da wurdest du sofort hinzugetan zur Gemeinde. Oder wie Paulus in 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13 sagt, Durch den einen Geist wurden wir alle in einen Leib getauft, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Wir können nur staunen und anerkennen, was Gott tut. Auch heute, im Jahr 2021. Trotz Corona, auch wenn viele Gemeindehäuser letztes Jahr geschlossen waren, Gott hat seine Gemeinde weiterhin gebaut. Er baut sie auch weiter durch Verfolgungen hindurch. Gerade während viele Länder der Erde mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt sind, in China wurden fast unbemerkt viele Gemeinden zwangsgeschlossen und Kreuze von Gemeindehäusern abgenommen. Die Verfolgung dort ist stärker geworden. Auch in Indien nimmt die Christenverfolgung zu. Aber dennoch baut der Herr seine Gemeinde. Aus den USA erhielten wir Nachrichten, dass Menschen sich auf Straßenevangelisationen bekehren. So etwas sehen wir nicht in den Medien. Aber wir dürfen von Missionaren und durch Berichte hören, wie Gott am Wirken ist. Er baut seine Gemeinde. Nicht nach unseren Vorstellungen und Überlegungen, sondern er baut sie souverän in seinem weltweiten Wirken. Er findet Wege zu den verlorenen Herzen und ruft sie zu sich. Dazu braucht er uns gar nicht mal. Er ist nicht von dir und mir abhängig. Und dennoch adelt er uns, indem wir seine Werkzeuge, ja seine Zeugen, sein dürfen. Er gab nicht den Engeln den Auftrag zur Weltmission, sondern seinen Jüngern. Kommen wir zur nächsten Frage. Wen tat der Herr hinzu? Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Kommen wir noch einmal auf die Worte Jesu zurück, die er zu Petrus sprach. Auf diesem Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Übrigens, mit dem Felsen ist nicht Petrus gemeint, sondern das Bekenntnis, das er zuvor aussprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jeder Mensch, der zu dieser Christus-Erkenntnis durchgedrungen ist, gehört zur Gemeinde Gottes. Und diese Erkenntnis schenkt der Heilige Geist. Menschen erkennen, ich bin verloren, ich brauche einen Retter. Jesus ist mein Erlöser. Es handelt sich also um Menschen des Glaubens. Wenige Verse zuvor hatte Petrus in seiner Pfingstpredigt gesagt, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, ja aus dieser sündigen, gerichtsreifen Welt. Zur Gemeinde Gottes gehören nur die Menschen, die dem Ruf zur Buße gefolgt sind. Petrus predigt eindringlich, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das ist ein Hinweis darauf, dass Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, die Taufe nicht widerwillig, sondern freudig über sich ergehen lassen. Sie wollen der sichtbaren und unsichtbaren Welt zeigen, dass ihr altes Leben in Sünde ohne Jesus vorbei ist. Mit Christus sind sie nun auferstanden zu einem neuen Leben. Es ist ein Schritt, den sie freudig gehen mit Jesus Christus. Die Welt ist hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Weiter sagt Petrus, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Gabe des Heiligen Geistes, von der hier gesprochen wird, ist die Gotteskindschaft. Denn es ist der Geist in uns, der uns die Heilsgewissheit bestätigt. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer Kapitel 8, Vers 16 Zur Gemeinde gehören nur diejenigen, die durch die Kraft der neuen Geburt zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind. In der Gemeinde unseres lebendigen Gottes gibt es keinen einzigen Namenschristen. In Deutschland sind ca. 50 Millionen Menschen Mitglied in einer Kirche, doch das bedeutet leider gar nichts. Gott tut nur die zu seiner Gemeinde hinzu, die errettet wurden und Buße getan haben. Diese Menschen sind die Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Hebräer Kapitel 12, Vers 23 Darum diese wichtige Frage. Hast du Buße getan? Oder besuchst du nur aus traditionellen Gründen eine Kirche, eine Gemeinde, obwohl du gar nicht an die Worte der Bibel glaubst? Zur Gemeinde Gottes gehören nur die, die sich bekehrt haben, die der Herr errettet hat und die ihm auch in Wahrheit nachfolgen. Die nächste Frage. Wohin tat der Herr hinzu? Unser Text sagt, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Gemeinde. Sie ist keine menschliche Organisation, sondern sie ist ein von Gott gewirktes, übernatürliches Wunder. Und weil sie ein Werk Gottes ist, kann sie auch nicht zerstört werden. Die Gemeinde ist ein großes Geheimnis, das die Welt nicht versteht. Im Nahen Osten werden Kirchen gewaltsam niedergerissen. Doch auch wenn Kirchen zugemacht oder zerstört werden, gilt dies niemals für Gottes Gemeinde. Die Gemeinde Jesu kann nicht zerstört werden. Sie wird immer bleiben, denn sie ist nicht an Kirchenbauten und Gemeindehäuser gebunden. In Apostelgeschichte 17, Vers 24 erklärt Paulus, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Darum ruft Petrus die Gläubigen auf, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5 Kurz nachdem der Heilige Geist gekommen war, wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und bis heute nicht wieder aufgebaut. Doch das war nicht das Ende, sondern der Anfang der Glaubensausbreitung. Deshalb sagt Paulus, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. 2. Korinther 6, Vers 16 Jesus macht auch deutlich, wo nur zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, Vers 20 Genau da ist Gemeinde, da ist Gott gegenwärtig. Das neutestamentliche Christentum ist nicht mehr auf eine einzige Anbetungsstätte wie dem Tempel zentralisiert. Keiner muss mehr wie im Alten Testament nach Jerusalem pilgern. Nein, jetzt ist Gottes Wirken dezentral. Das einzige Zentrum, das wir haben, ist unser Herr Jesus Christus, der uns den Auftrag gegeben hat, geht hin in alle Welt. Jetzt baut der Herr seine Gemeinde unter allen Völkern, Nationen und Sprachen. Jetzt können wir Gottes Gegenwart überall erleben. Sei es in einer Armenversammlung von Christen, in einer Slumshütte von Buenos Aires, unter einem Bananenstrauch in Afrika, in einer kleinen Mietwohnung in den Skylines von Hongkong oder in einem Gemeindehaus in Amerika. Überall, wo Christen in Jesu Namen zusammenkommen, ist er gegenwärtig. Wir haben keine geheiligten Räume mehr. Die alttestamentliche Struktur ist Vergangenheit. Sie wurde durch den Kreuzestod Jesu durchbrochen. Jesus baut seine Gemeinde von der Schaltzentrale des Himmels aus. Wenn jemand das wahre Christentum, den lebendigen Glauben, an einem Ort dieser Welt ausrotten will, wird er staunen, wie viele bereits an einem anderen Ort Christen geworden sind. Sollte irgendjemand den Heiligen Geist tatsächlich an einem Ort im Griff haben, dann bläst er an drei anderen Stellen umso stärker. In Johannes 3, Vers 8 stellt Jesus fest, Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genau so ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist nicht an Häuser gebunden und kann nicht begrenzt werden, sondern er wirkt auf der ganzen Welt, wo, wie und wann er will. Er kann heute Nacht einen Menschen in Sibirien zum Glauben führen und verfolgte Christen in den Arbeitslagern von Nordkorea stärken. Gott baut seine Gemeinde in den Herzen der Gläubigen. Seine Gemeinde, nicht unsere Gemeinde. Es ist seine Braut, die er liebt und die er pflegt. Die Errettung von Menschen ist weder von Gottesdiensten abhängig noch von Pastoren. In der Gemeinde sind alle gläubigen Priester Gottes und Zeugen des Evangeliums. Überall, wo sie sind, können Seelen gerettet werden. In der Kirche, im Auto, auf dem Flughafen, in der Mittagspause, auf der Arbeit, in der Schule, an der Universität, in der Nachbarschaft, im Krankenhaus oder während eines evangelistischen Skype-Gesprächs. Du kannst selbst mit einem Suchenden beten. Jeder Christ kann Menschen zu Jesus führen. So tut der Herr auch heute noch täglich zur Gemeinde hinzu. Denn Gott hat seit dem Zeitalter des Heiligen Geistes, ja seit Pfingsten, alle seine Kinder zu Königen und Priestern gemacht. Der Herr baut seine Gemeinde. Lass dich mit hineinnehmen in diese große Bewegung Gottes. Denke in globalen Strukturen des Reiches Gottes und nicht zentralisiert, als ob Gott immer noch in einem speziellen Tempel oder Raum zu finden sei. Der Herr baut seine Gemeinde an allen Orten, unter allen Kulturen, auch heute, weltweit. Halleluja! Amen.